So, es wird langsam Abend. Es geht auf 9. Nächsten Jahr, da will ich mich auf 800, auf 1.500 konzentrieren. Und er will die Weltrekorde von 800 bis 10.000 und vielleicht auch den über die 3.000 wieder Hindernis. Das will er. Und heute will er Weltmeister werden. Olympiasieger vor drei Jahren war er. Im Augenblick John Ngugi, der zweimalige Cross-Weltmeister aus Kenia vorne. Dann kommen Auita, Frank-Omara, Irland, die Vorwärts. Dann müsste der nächste Ignatov, der Bulgare, sein. Ein ganz dicht gedrängtes Feld. Dann kommt Sydney Marie. Die Briten, aber da ist noch nichts Entscheidendes geschehen. Nicht allzu schnelles Tempo. Der Mann aus Kenia läuft auf der zweiten Bahn. Das macht, wenn man es zusammenrechnet, einige Meter aus, die er mehr zu laufen hat. Das zeigt, dass sie unbekümmert laufen. Dass sie gar nicht berechnen, was einen auf dem Strich oder auf der zweiten Bahn laufen an mehr Belastung bringt. Gugi, Auita, Omara, Ovet, Ignatov, der Bulgare. Die letzte Chance für Carlo Trenhardt. Der dritte Versuch über 2,32 Meter. Sieben sind noch dabei. Da hat sich nun ein bisschen etwas getan, aber das Tempo ist nicht schnell. Wir können einen Angriff auf den Weltrekord, so wie ihn Said Auita prophezeit hat, der im Augenblick an dritter Stelle liegt, während John Tracy, der ihre, führt, den können wir vergessen. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Was wir hier ohnehin in Rom bei dieser Weltmeisterschaft erlebt haben, das ist das ursprüngliche der Leichtathletik, der Wettkampf. Da gibt es keine bestellten Rennen mit Hasen, die das Tempo machen. Da ist jeder auf sich gestellt. Und da laufen noch nicht einmal die drei Briten im Feld, Ovet, Hatschings und Buckner, für irgendeinen aus dem Team. Hier geht es für jeden um Plätze, möglicherweise um Medaillen. Aber vielleicht, Dieter, alles ist möglich. Gibt es bei den nächsten Weltmeisterschaften schon Hasen, die bestellt werden, damit das Publikum seine Sensationen hat? Ja, hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass die IHF, der internationale Weltleichtathletikverband, einen derartigen Weg geht. Vorne, also der ihre John Tracy, sagte Olympiateilnehmer im Marathon und zweiter damals in Los Angeles, dann John Ngoogie aus Kenia. Lebt in Kenia, ist damit Armeeangehöriger, denn die besten Athleten Kenias studieren entweder in den USA oder sind bei der Armee in Kenia, um dort die Vergünstigungen zu haben, gut trainieren und laufen zu können. Saidaoita hält sich zurück. Am Ende des Feldes, Abel Anton, der Spanier. Das Tempo nicht allzu hoch. Man darf gespannt sein, wann der Erste die Initiative ergreift. Ganz im Feld innen, der dunkle Läufer im weißen Trikot, das ist Sidney Marie. Er könnte ja einer der Konkurrenten sein von Saidaoita. Gugi, Tracy, Auita, Franco Mara Irland, das sind die ersten vier. Dann kommt Jack Buckner, der Europameister an fünfter Stelle. Aber das Feld noch dicht. Jetzt scheint es mir, als würde es ein wenig schneller werden, forciert durch John Boogie. Erinnert, ja, 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 tut das. Das ist auch vielleicht seine Chance. Plötzliche Tempoverschärfung, damit ein paar abfallen und nicht mehr mitkommen. Erinnern wir uns an den 10.000 Meter Lauf, wo sein Landsmann, Peter Kipkoitsch, dies getan hat und praktisch mit dem Feld gespielt hat. Aber hier kann man vielleicht mit allen spielen, nur mit einem nicht, mit Saidaoita, der Marokkaner, an zweiter Stelle. Und Gugi läuft immer brav außen und damit ein paar Meter mehr. Wenn die Läufer ins Ziel kommen, sind es noch sieben Runden. Also, noch ein ganzes Stück. Gugi, Auita, dann einträchtig die beiden ihren nebeneinander. Jack Buckner, der britische Europameister, zuletzt gute Zeiten erzielt an vierter Stelle. Und jetzt verschärft Gugi wieder. Das ist exakt die Stelle, an der auch sein Landsmann und der 10.000 Meter Weltmeister dies immer getan hat. Aber Auita geht mit und er versucht auch noch, einer der beiden ihren, Franco Mara, mitzugehen. Jetzt wird es wieder langsamer. Im Grunde sind das ja schöne Rennen, wenn einer versucht, so taktisch etwas für sich zu entscheiden. Und was will er machen gegen den Wunderläufer Saidaoita aus Marokko? Also, Temposteigerungen und vielleicht eine Schwäche nutzen. Aber kann die Auita wirklich haben eine Schwäche? Unverändert. Der Mann aus Kenia. Auf der Tribüne sein Staatspräsident. Und sein Landsmann, Bakiuru, hat vorhin den Marathonlauf gewonnen. Das möchte er gern jetzt auch. 5.000 Meter Weltmeister werden. Auita dahinter, das Feld wieder herangekommen, da es langsamer geworden ist. Mal sehen, ob er jetzt wieder beschleunigt. Ja, das tut er. Jetzt wird es wieder etwas schneller. Aber kein Problem natürlich für Saidaoita. Saidaoita, der Mann an zweiter Stelle. Das ist ohnehin eine Karriere. Vergleichbar einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Aus armen Verhältnissen. In Fez, er ist geboren in Kenitra, am Rand des Atlasgebirges in Marokko. Die Eltern, arme Verhältnisse. Er selbst hat das junge Melonen verkauft in den Gassen von Fez. Nach seinem Olympiasieg 1984 in Los Angeles, da schenkt ihm sein König ein Haus in Casablanca, eine Traumbilla. Und von da an ging der Aufstieg unaufhaltsam weiter. Rechts innen sehen Sie ihn, in meinem grünen Trikot, seit Auita an zweiter Stelle. Die 683 als Startnummer. Im Sommer lebt er in der Toskana, in Italien, in Siena, mit Landsleuten und anderen Läufern. Und er ist der Mann, der die Laufstrecken zwischen 1500 und 5000 beherrscht, künftig vielleicht noch mehr. So, Gugi, Auita, dann Ignatov da Bulgare, dann Omara Irland, Wagner Großbritannien, das sind die fünf vorne. Jetzt läuft er doch innen, John Gugi. Da kommt der eine der Castro-Brüder nach vorne, Domingos Castro, mit der 770, aber sein Zwillingsbruder gleich neben ihm. Das hat es auch noch nie gegeben, dass sein Brüderpaar und noch dazu Zwillinge ein Finale eines solchen großen Rennens bestritten haben. Noch vier Runden, noch 1600 Meter vom Ziel ab. John Gugi. Das ist ein Kikuyu. Wir nennen diese Kikuyus, die waren es bisher und sind es eigentlich immer noch in Kenia, die die Laufszene dort beherrschen. Der Masai, Willi Concella, der 800-Meter-Weltmeister, kam hin zu. Langgezogen jetzt das Feld. Immer noch angeführt von Gugi. Und ich bin gespannt, wann Seideuter antreten wird, um wegzugehen. Denn irgendwann wird das versuchen, um nicht in der Endphase von anderen Spurtern überrascht zu werden. Seideuter wird wohl den langen Spurt wählen. Da haben wir Wagner rechts den Briten, dann kommt Domingo Castro, Franco Mara Irland, Dionisio Castro, Sidney Marie, immer im Feld, unternimmt nichts, der Amerikaner, der Farbige. Steve Orvette hinter ihm, ich sag das, während Sie die Studie sehen. Und da läuft schon wieder einer aus. Und das ist Pierre Delays, der Schweizer, aus Fribourg im Wallis, der sich in dieses Finale eingelaufen hat. Unfälle, die Situation. Navita wankt es ab. Gugi führt, aber jetzt schon Jack Buckner, der 25-jährige Britte, der Europameister an dritter Stelle. Man formiert sich so langsam. Dann Ignatov, Pierre Delays, der Schweizer, die beiden Castro-Brüder, dann kommen Franco Mara Irland, der Belgier Vincent Rousseau ist da noch dabei, innen im weißen Trikot, kurz sichtbar. Lugi und Navita. Also es kann schon brutal werden für den Mann aus Kenia. Da führt er die ganze Distanz versucht mit Zwischensports, mit Tempoverschärfungen und irgendwann werden sie ihn stehen lassen und überlaufen. Ich befürchte, dass es so kommt. Denn da sind Leute dabei, die kommen von der 1500-Meter-Strecke, wie links im Bild, der Schweizer Pierre Delays. Noch zwei Runden. Jetzt kommt langsam die entscheidende Phase. Wann setzt Aujita zum Sport an? Gugi, Aujita, dahinter Ignatov, Delays, Wagner, Castro, Rousseau-Belgien, der andere Castro-Bruder und Franco Mara und dann kommt noch Tim Hatschings, der Britte, dazu. Jetzt hat sich Aujita von der Innenkante gelöst, ein bisschen nach außen gesetzt. Das tut er, um entscheidend einen Moment antreten zu können und wenn es einer von hinten versucht, gleich an dem Keniaten vorbeizukommen. Oh, da gab es eine kleine Rampelei, da ist einer auf Delays aufgelaufen. Das Feld zusammengestaucht jetzt, das Tempo nicht allzu hoch und jetzt formiert man sich. Castro. Welcher ist es? Domingo Castro, glaube ich. Und Aujita neben Gugi. Jetzt geht es in die letzte Runde. Aujita vorne, die letzte Runde. Delays und Gugi fällt ab. Das war es, was ich befürchtet hatte. Schade um ihn, tut mir leid. Da hat er so tapfer gekämpft und jetzt zieht Aujita den langen 400-Meter-Spurt. Wer geht mit? Domingo Castro oder Portugiese? Wer ist der Schweizer? Da kommt Jack Wagner noch, aber Aujita ist vorne. Die rechte Wade bandagiert. Der hat ja eine Verletzung vor der Weltmeisterschaft. Oh, der Castro kennt Domingo Castro und Pierre Delays. Ich muss sagen, Hut ab von den Schweizer Leichtathleten hier. Sie haben schon Großes geleistet. Günther, Sandra Gasser und jetzt Delays. Aujita. Er wird gewinnen. Ja. Seiderhüter wird Weltmeister. Wer wird Zweiter und Dritter? Da kommt noch Rousseau und da kommt noch Wagner. Aber das ist der Weltmeister. Seiderhüter aus Marokko. Castro Zweiter, Wagner muss mit einem Dritter. Delays Vierter. Rousseau, Ignatov, Hatschings, der andere Castro, Romara, Ovet. Ich sag's Ihnen. Sintenmeri enttäuschend bei Titten. Das ist der Weltmeister in 13 Minuten. 2,6,46. Seiderhüter, der 26-jährige Marokkaner. Olympiasieg vor drei Jahren und nun Weltmeister. Tja, er ist Weltmeister, kann zu Recht stolz sein. Die große Leistung, der Weltrekord, den hat er sich heute mit Sicherheit, das war Presse-Balli-Hu am Anfang, nicht vorgenommen. Aber sehen Sie mal, wie er am Ende davon zieht. Und wie Pierre Delays, dass der Schweizer noch seinen dritten Platz verliert und knapp weiter wird. Da haben wir eine Zeitlupen-Studie von unseren Kameras noch eingefangen. Da sieht er sich schon um. Ja, die rechte Wade ist bandagiert, die Verletzung hat ihm zu schaffen gemacht. Der Leibarzt des marokkanischen Königs musste seinen Urlaub abbrechen, um Seid dem Nationalheroes zu helfen. Und Castro do Portugiese kämpft, ein Nachfolger für Carlos Lopez, für Fernando Mamede, die beiden anderen Großen. Und Pierre Delays verliert im letzten Augenblick die Bronze-Medaille. Da winkt er enttäuscht ab an Scheck Wagner, den Europameister aus Großbritannien. Vorbereitungsgericht. Vielen Dank.